Macht es gut. Nimmt den Schwung raus, schlägt ihn auf drei, vier Meter, da wo keiner steht. Und das ist ja der Ziel des Sports. Am Aufschlag jetzt Samuel Thujer. Oh, der ist gut. Aber gute Annahme, darf weitergespielt werden. Jetzt bin ich gespannt. Nein, 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 nein. Der Linienrichter zeigt auf die Antenne. Ich bin vom Block an die Antenne gegangen und nicht andersrum. Jetzt hätte ich gerne eine Wiederholung an dieser Stelle. Ich weiß nicht.